wunderschönen guten bergmann wunderschönen spurtstag! Rony ist hier am start und ja mate wir werden heute wieder versuchen etwas auszuzahlen mit pandaskins das letzte mal hat es geklappt die fünfmaler frau hat es nicht geklappt aber dieses mal ich bin wieder optimistisch das letzte mal haben wir wirklich aus 3dp gemacht wie auch immer Die Ampling ist ab 18, nur mehr Kohle, die ich übrig habe und ich werde jetzt gleich noch zum Grillen gehen. Absolut geiles Wetter natürlich. Ich war jetzt irgendwie den ganzen Tag schon unterwegs. Wir waren jetzt mit der kleinen bisschen unterwegs, spielen bei Freunden und jetzt kommen gleich noch ein paar andere Freunde zum Grillen. Zur Zeit ist einfach echt wieder Zeit genießen und ich muss unbedingt, was auch mein YouTube Problem ist, ich habe so viele Deals und mir macht diese ganze Nummer hier immer noch Spaß. Da ist es auch eine gute Einkommensquelle und so weiter, aber ich habe so viele Deals und ich muss die echt mal kontinuierlicher jeden Tag ein, zwei Videos rausballern. Das wäre auf jeden Fall eine nice Nummer, aber manchmal bin ich einfach ein bisschen faul und wenn ich keine Lust habe, dann mache ich es auch nicht. Wenn ich lieber draußen beim Grillen bin und so, dann lasse ich immer ein bisschen schleifen. Ich habe auch gedacht, wir haben nämlich heute mal ein bisschen über 200 Dollar. Wir haben 204 Dollar, das kann doch nicht sein. Die kostet 204,16 Dollar. Die Knifekiste hätte ich wirklich mal gerne aufgemacht. Okay, dann machen wir es anders. Wir probieren jetzt hier mal zwei Quick zu open. Ja, wir haben Profit. Wir haben Profit, wir haben Profit, wir haben Profit. Wir können jetzt eigentlich, ja gut, aber wenn wir eine Kiste aufmachen, ist das Video gleich vorbei, ne? Ich weiß nicht, ob das die Idee ist. Ich sage es euch, wie es ist. Boah, ne, hier kannst du ja, ne, 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 ne. Jetzt ist das Video ja instant vorbei. Aber ich glaube, wir bleiben mal bei der Statik-Kiste da unten. Wenn wir da jetzt wirklich zweimal Profit gemacht haben, nehmen wir mal die Statik-Kiste durch. Ne, viermal, open quickly. Boah, das war ja nix. 20 Dollar, ja okay, aber nicht viel Minus. Subscription haben wir noch, okay. Dann mal gucken, wie oft wir das rauskriegen. Statik-Kiste mal wieder viermal. Zack, ballern wir auf. Wieder nix extra. 20 Dollar kostet, okay, jetzt haben wir sogar mal Profit gemacht. Das ist nicht übel. Wieder wenig Minus. Die Kiste gefällt mir bis jetzt eigentlich ganz gut. Mein Ziel ist es natürlich nachher, schön viel abzucraden. Man macht hier immer Minus 2 Dollar, Plus 2 Dollar, ne? Oh, komm, wir machen mal hier normal auf. Vier Stück auf einmal, zack. Hier fehlt mir aber immer noch der Sound. Ich sag's euch, wie es ist. Ich hab das dem Typen auch schon mal gesagt und muss es ihm nochmal sagen. Aber man braucht einfach Sound. Macht doch keinen Sinn. Hier fehlt einfach dieses klack, 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 klack. Hier ist rübergerutscht, weil links krass gewesen. Ne, ne? Beides Katastrophe. Komm, wir machen nochmal quickly open. Bei den kleinen Kisten ist das okay. So, machen wir nochmal open quickly. 7 Dollar. Eieiei. Wir müssen auch mal dieses Upgrade, muss man doch auch mal hinkriegen. Ne, das wollen wir nicht machen. Miner wollen wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Komm, Nummer. Wir machen immer hier runter. Jetzt muss es ja mal klappen. Okay, lecker. Lecker, lecker, lecker. 40 Dollar Skin. Schmecki, die schmeckt, oder? Jetzt machen wir nur mal ein Item. Das Crash bestimmt relativ schnell. Hä? Was ist denn heute los? Was ist denn heute los? Es läuft. Es läuft, Freunde. Jetzt nehmen wir wieder 2 jetzt Crash direkt. Ah. So, jetzt nehmen wir wieder 3. So, von der Summe her, dass wir... Ich glaube, es crasht jetzt hier. Ich glaube, hier. Ne? Hier? Oh. Ich habe echt überlegt. Ich habe es so hart im Gefühl. Ich habe echt überlegt, da nochmal rauszugehen. Komm, wir müssen jetzt hier schmerzlos einfach runter. Jawoll. Wieder 48 Dollar? Also, das ist nicht schlecht. So, das machen wir nur ein Skin, aber auch einen günstigeren. Wir müssen jetzt das System dribbeln, Freunde. Ah ja. Seht ihr? So, jetzt kommt nochmal schlecht. Sehe ich direkt. Aha. So, wir haben das System getribbelt, Freunde. System getribbelt. Jetzt machen wir 13 Dollar direkt. Und rasieren hier durch. Und rasieren... Ah. Nein. Oh Gott. Den letzten habe ich doch aber gefühlt, muss ich sagen. Ich habe... Oh. Oh. Lecker. Wieder 50 Dollar Skin. Wir dribbeln hier das System. Wir sind jetzt hier schon bei fast wieder plus minus null. Ich sehe uns da einen Profit, Freunde. Aber garantiert. So. Machen wir nochmal. Jetzt crash wieder. Mhm. Okay. Jetzt crash nochmal. Mhm. So. Und jetzt lassen wir es wieder krachen. Das wäre der Hammer, wenn das echt einfach funktioniert. System absolut getribbelt. Ah. Ich meine, wir sind auf jeden Fall... Schau mal, wir können was auszahlen, ne? Alter. Alter, sind wir gut heute. Wir sind echt... Wir sind echt gut drin. Okay. Macht nichts. Hier mal gucken. Aha. So. Okay. Jetzt kommt nochmal. Nochmal Crash. Ja? Ja, ja, ja. So. Und jetzt? Jetzt rasieren wir wieder durch. System getribbelt, Freunde. Wir haben das System getribbelt hier auf der Seite. Alter, es läuft. Holy shit. Guck mal, wie viel wir haben. Okay. Wir haben jetzt nicht mehr genug Skins, um unsere Taktik weiter fortzusetzen. Aber wir haben jetzt 50. 100. 150. 280. Oh mein Gott. Das System. Wir haben es getribbelt, Mates. Wir haben es getribbelt. So. Und jetzt kommt Lower. Danach kommt Higher. Na? Naja, okay. Aber. Macht nichts. Wir haben hier auf jeden Fall... Kann man hier auch alles direkt über Paypal auszahlen lassen. 280 Euro. Wir haben endlich mal das System getribbelt hier drauf. In diesem Sinne. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Haut rein. Und Spider-Man. Und einen schönen Tag euch. Na?